Einen recht schönen guten Morgen, liebe Besucher unseres Kanals. Schöner guten Morgen, denn wir gehen heute frühstücken in Taschkent in das Café Antrakt. Das Café befindet sich an der U-Bahn-Station, große Seidenstraße, auf ausbekisch Boyuki-Park Yoli, neben der Chaihana Sayohat. Er befindet sich im Untergeschoss, hier mit einem Wasserfall. Das ist hier alles sehr gemütlich eingerichtet, in sehr schönen Farben, wie ich finde. Und das Café bietet sehr viele Sorten von Frühstück und natürlich auch mittags und abends hat dieses Café auf. Eine besondere Spezialität hier ist natürlich die verschiedenen Frühstücksorten und das Gepäck und die Torten und Kuchen dieses Cafés und verschiedene Kaffeesorten. Die backen außerdem auch verschiedene Brotsorten und wir wollen Ihnen heute zwei Frühstücksets präsentieren. Das eine ist das Standardfrühstück mit Omelette und ein bisschen Gemüse und das andere Frühstück, das ist hier das Standardfrühstück mit Gemüse, Omelette und Toastbrot. Und noch ein Frühstück-Set ist der sogenannte English Breakfast. Sieht so aus. Und dazu haben wir noch die Pfannkuchen probiert, die auch sehr lecker sind. Das Café ist durchaus zu empfehlen als Frühstückscafé in Taschkent. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns weiterhin auf Ihre Kommentare und vielen Dank. Tschüss. – Bis zum nächsten Mal.